Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen im Wir-bleiben-Zuhause-Kindergarten. Ich bin Skippy und zeige euch in den folgenden Videobeiträgen, was ihr alles sonst noch zu Hause machen könntet und natürlich noch vieles mehr. Lasst euch einfach überraschen. So liebe Kinder, jetzt habe ich meine kleine Rechenaufgabe für euch. Wie viele Nil-Gänse-Kinder haben Papa und Mama Nilgans? Richtig! Mama und Papa Nilgans haben 10 Nil-Gänse-Küten. Ich hoffe natürlich auch, dass dieses Video euch gut gefallen hat und wünsche euch noch eine schöne Zeit und Tschüss!